Ja, ja hallo, hier ist euer Fohne. Name, Nachname und das ist der Flaner 9884 und wir drehen jetzt unser erstes Let's Play Minecraft together auf dieser neugenernden Map und ja, auf dem ersten Blick sieht es eigentlich ganz gut aus, haben wir eine gute Map erwischt, sind wir in der Eiswelt gelandet, das ist auch immer nicht so gut und ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal an. Und ja, noch dann zu den Cheats, also wir werden in unserem Let's Play voraussichtlich erstmal keine Cheats verwenden, keine Mods, ganz normal Minecraft, ja Monster sind auch an, wie man gerade an einem schönen Skelett sehen konnte. PvP ist auch an, ja, tschau. Denk schon mal erstmal anfangen mit Holz suchen. Schelf mal ein bisschen mit. Wobei wir einen Schneeholz suchen müssen, sondern nein. Da brauche ich erstmal eine Wirkbench. Ich suche dann mal eine Höhle und dann gucke ich mal, ob wir irgendwo Koppel finden. Also was heißt finden. Mach mal erstmal eine Wirkbench. Mach mal erstmal eine Wirkbench. Machen wir jetzt mal provisorisches Lager da vorne hin, das kann man schlecht verfehlen, das ist mehr hier. Kann man gerne machen, hier kann man auch später so ein Haus hinbauen, das ist eine schöne Gegend hier. Ja. Da lass ich mich schon mal erstmal zwei, 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 zwei Dingsens, zwei Spitzhacken aus Holz. Das ist Grund. Weil eigentlich eh eine Rasm erstmal reicht. Das braucht man doch auch. Da kann man dann erstmal Grundausstattung machen. Achso, bestimmt noch ein Schwerd. Ja, ein Schwerd mach ich mir immer noch. Warte, du hast jetzt eins. Achso. Oh, gut. Tja, ich mach mir mal noch eine Axt. Ich geh mal nach einer Höhle suchen. Du das. Ach, sieht gut aus, wir haben da einen in der Nähe. Scheißdreck. Hier geht's rein. Kann man ja zusammen mal reingehen. Wir brauchen erstmal die Kohle, dass wir ein paar Fackeln machen können. Ich wähle ihn sich mal vorbei mir hier. Okay. Können wir dann hier auch zum Beispiel machen. Ich baue mir erstmal drei Koppel ab. Können wir unser gemeinsames Lager dann hier hin machen. Ich mach ne Papp. Oder wir bauen da irgendein schönes Kaffee oder irgend so was geiles. Wir können so viel machen. Wir haben so viel Zeit. Das wird definitiv schön. Ich mach mir erstmal eine Koppelspitze. Was zu essen brauchen wir auch noch. Du kannst dann gleich mal auf zu essen abgehen. Ja, ja, das erst mal abgehen. So. Ja, hab ich noch nicht. Stimmt, da brauch ich dann noch einen Schwert. Hast du Bill Koppel mit? Na, ich hab erstmal drei Koppel für eine Steinspitze. Da muss ich gleich mal ein Steinschwert machen. Oder ich geh nochmal ganz fix. Da drüben ist ja die gigantische Höhle. Hier geht's tierisch rein. Ich muss mich erstmal übrigens auf Energiespor hier bewegen. Und die ganze Zeit bloß laufen. Warte, ich hab mal drei für dich. Die Kiste kannst du ja auch schon mal machen, der erste provisorische. Ja, kann ich schon mal machen. Danke. Es läuft halt gar nicht so schlecht. Oh, hat man schon schlechtere Sachen. Oh, hier ist gleich Kohle. Ich würd sagen, ehe ich tiefer reingehe, baue ich erstmal die Kohle ab. Bring die dir erstmal nach oben. Da kannst du inzwischen klein mal so hier Dings ins Draß machen. Fackeln. Mal gucken, ob ich noch Bleisen finde. Da kann man halt dann schon mal... Na gut. Ehm als hier übertrieben. Ich guck erstmal nach Tieren. Oh, das ist wichtig. Und dann kannst du erstmal noch bergeweise Koppel sammeln. Und das werden wir nämlich mit Garandie bergeweise brauchen. Spätestens wenn wir das erste Haus bauen. Müssen wir wahrscheinlich erstmal Haus zusammenbeziehen. Auf jeden Fall sieht das ja vorne mit der Bergwelt auch nicht schlecht aus. Hier ist nämlich so ein geiler Hügel direkt vorm Wasser. Die Welt sieht allgemein nicht schlecht aus. Gefällt mir. Kann man sich dran gewöhnen. Ohren, Huhn. Hardcore. Noch mehr Hühner. Jetzt müssen wir grillen. Mehrwert. Wiss? Nein. Droppt das Huhn bloß ne Feder? Ach ne doch. Ich hab ja n rohes Hühnchen mit. Jetzt. Ich hab schon unseren ersten Samen. Nicht den Samen. Ja, naja. Kennst mich doch. Ich denk immer zweideutig. So. Jetzt ist der scheiß Huhn und Hunder gehobt. Da drüben steht's. Nein. Die Kohle ist ins Wasser gefallen. Jetzt schwimmt sie weg. Was machst du denn doof mit der Kohle? Du musst sie nicht erst abwaschen. Ach, der ist Haufen Kohle. Ich hab grad so ein riesiges... Ich kann bestimmt auch irgendwo Hühner sein. Es gibt's doch nicht. Es gibt nur bis drei Hühner hier. Wir haben eine huhnarme Welt. Nicht viel essen. Ja, wir haben bis jetzt erst drei Hühnchen. Ist schlecht. Das ist wirklich nicht gut. So, heute müssen wir halt erstmal... Wir können halt dann unser kleines provisorisches Feld machen. Scheiße. Eigentlich war das beste, wenn wir wieder Melonen finden. Melonen sind eigentlich das Beste, was man zum Ernährung nutzen kann, finde ich. Na, haft. Bedehung. Und wachsen recht schnell. Aber finde erst mal Melonen. Ja, wenn man es mir lohnt kann. Oh. Ich habe schon das erste Gold gefunden. Schafe. Es gibt so tief runter. Da kann ich nie runtergehen. Wir sind mir zu viele Monster. Lass mal fürs Erste, wenn wir dann mal besser sind. Oh, ich habe Schafe gefunden. Mal darunter gehen. Gib mir schon jetzt. Ich bringe jetzt erstmal die Kohle, die ich gefunden habe, hoch. Das Wort, das schwarze Schaf, was hier so neben mir rum steht, das lösches Klammern kriegen. Die Außenseiter müssen auch mal cool sein. Hühnchen. Da unten ist Lauch. Mit Eisen ist ja auch ein bisschen. Oh, hier ist Cola. Da merkt's. Die Hühne ist auch geil. Das ist allgemein, wo man die Map an guckt, die ist überall geil. Das ist da wieder erstmal riesen Eisenteil. Hardcore. Ja. Alles abbauen. Und eine Schluchtkammer hier hoch. Ich habe keine Dingsespit und mich greift gerade voll ein Zombie an. Oh, und ich brenne. Warum brennst du? Ja, weil das jetzt laut der 1.5.0 glaube ich Version ist das so. Wenn ich ein brennender Zombie angreife, brennst du dann auch. Scheiße. Ich bin tot. Na gut, ich weiß auch, wo meine Sachen sind. Wenn das so. Das war ja so gewisse Erfahrungen mit Höhlen und Creeper und Monster. Ja, das ist wegen den gewissen Tags, die dann doch noch da sind, ne? Da kriegt man schnell Probleme. Aber ich weiß, wo es war. Ob ich doch zumindest. Wenn ich das mal eingesammelt habe, mein Zeug. Und noch kein einziges Eis geht gar nicht. Ich will Eier haben. Ich will Eier haben. Ich will Eier haben. Ich persönlich bin auch immer dafür, dass man auch peaceful spielt. Aber... Na gut, da macht es auch keinen Spaß noch. Kühe! Das sind nur bloß zwei Kühe. Und noch nicht bloß drei Kühe. Was ist hier alles los? Das sind die Mini-Kolonien. Das sind nur hier bergeweise Kühe. So, jetzt soll ich erstmal meine Sachen wieder. War schon bisschen Kohle dabei und zu Eisen. Nimm mir noch so ein Bub mit. Bin ich dir vorhin zu kommen. Bin ich dir vorhin zu kommen. Bin ich dir vorhin zu kommen. Hier war das Eis. Oh. Naja, ist ja schon wieder sehr interessant hier. Schon wieder Party. So, dann nehmen wir noch immer mal hier auf den Birke mit. Hey, ich habe alle meine Sachen wieder. Wir haben schon 53 Kohle. Stell dir das mal vor. Du dumm. Da können wir erstmal ein paar Fakten mehr stellen. Einen Grundstein setzen. Ja. Ja. Hier fängt man schneiden an, ne? Reisen sehe ich ja nicht viel bis jetzt. Aber ich bin aber noch nicht tiefer reingegangen. Geht ja ewig runter. Da hinten habe ich eine Schlucht gesehen. Wenn du die Hände durch hast, du siehst sowieso wieder auf den Höhlen. Ich bin ja hinten, hinter dem, nach diesem komischen Hügel da. Das ist auch noch mal gigantische Mengen Höhlen hier. Ich habe ja auf drei Quadratmeter, da habe ich ja auch 15 Höhlen. Ehe ich die Höhle durch habe, da denke ich. So. Und es wird dunkel. Ich komme jetzt erstmal zur Basis. Ja, vielleicht sollte ich nochmal zur Basis kommen. Aber es wird auch gleich nicht mehr. Aber es wird auch gleich nicht mehr. Ja. Es dauert nur noch einen Moment, bis ich da bin. Ich habe nicht genug vom Ofen. Dann wollen wir jetzt die Nacht überstehen. Es wird schwierig. Wir haben Betten. Ach, Betten haben ja. Ja, ich habe Schafe gefunden in großer Menge. Das ist gut, das ist gut. Ja, sind es noch mal eine Stunde gesucht, bis ich noch Schafe gefunden habe. Und wir haben Lava. Und wir haben Lava. Und wir haben Lava. Ja, das ist das Ei. Das sehe ich von hier. Das ist aus dem Berg. Das ist Lava. Nein. Hier haben wir ein direktes Lavafeld. Ja, und der Höhle unten war auch ein riesen Lavafeld. Ich muss mal bei Gelegenheit gucken, wie wir da runterkommen. Muss ich mal eine Treppe bauen oder so. Du kannst mich mal einen Ofen bauen. Da muss ich jetzt noch mal unsere Basis verlassen. Ich habe alle Sachen abgelegt, das macht. Das ist schon wieder Party im Wald. Ich glaube, ich drehe mal die Helligkeit hoch. Aua. Aua. Hilfe. Du musst mir helfen. Ich werde die attackiert. Leg die Sachen in die Kiste. Ach so, und dann muss ich noch sagen. Wir haben Mob-Briefing aus. Oh, das ist natürlich gut. Ja, weil mir das nicht auf gewisse Körperteile geht, wenn meine ganze Landschaft zerbombt ist und irgendwelchen Heinis. Achtung, hinter dir ist ein Zombie. Jetzt neben dir. Ja, leg den mal. Ich habe keinen Wert. So, einen Ofen wollte ich fahren. Aua, helf mir. Ich habe nur noch anderthalb Herzen. Ich habe auch nicht mehr viel mehr. Jetzt bloß noch einen halben. Ich schütze mich mal. Ich kann schon scheiß mal die Kiste tun. Ja, wir müssen das mal grillen. Wir machen erstmal Grill-Party. Ein paar Fackeln bauen wir uns auch und leuchten erstmal alles aus. Ja, bei den haben wir die Fackeln. Das war auch nur als erstes. Das war auch nur als erstes. Man wird aus, was man länger. So, hier bitte die Kohle. Ich leuchte erstmal hier aus. Na, da ein Zombie. Von hinten. Die Dilegende Bewegung, mein Lieber. Kommt da mal immer noch. Ja, ich versuche mal zu erlegen. In der Hand. Ich habe aber ne Fackel zur Verstärkung. Oh. Ich grill das Hühnchen. Ich geh da drauf. Boah, sag mal erstmal voll geiles Ehebett. Sehr nahhaft, zum Beispiel. Eigentlich können wir erstmal pennen gehen. Ich mach jetzt erstmal den ganzen Norde. Ach, Scheiße. Ist das nicht, Hallig. Geil. Wird so feiern, wenn jetzt erstmal ein Zombie kommt. Oder ein Creeper. So, Hallig. So, komm grill dich du. Ohrgeil Steak. Ohrhorte. Ich hab so einen geilen Hunger. Steak hast du sogar schon. Das ist mit mir hier. Du wirst sicher. Du kannst vormachen. Ich dampf schon. Siehst du das? Ich hab schon so Hunger. Ich dampf schon. Wo ist denn das hinschneiden? Ach, hier. So. Was wollen wir jetzt ausleuchten? So. Tja, du kannst endlich mal weitermachen. Ich komm mich erstmal darum, dass wir den ganzen Scheißerbessorten machen. was wir zusammen machen. Und dann... ...wisch schnell. Ich lade am besten und auch bis zum Feinstein anfangen sind. So, ich bin mir noch nicht mehr so ein bisschen zu fahren. Und dann... So, ich bin mir noch Baba und dann... ...und dann noch was mit Ausblick. Ich bin mir noch... ...und dann... Bäume schützen und am Ende aber eingefallen die zehn Fackeln eine Steinspitze jetzt eigentlich noch zu verkraften und das stand 58 Uhr auch nun mal die ganzen neuen Werkzeuge meiner Verbrauchung stehe bei der Reitzschwerden angewandt werden heute als angefangen werden angefangen mit Spitzhacke ich bin ganz scheiße erst mal immer ich stehe immer noch versuchen wir mal ein bisschen zu bewegen machst du doch schön naja